Der 23. Spieltag, unter dem hatte der FC St. Pauli Hansa Rostock zu Gast. Es hieß also Wiedergutmachung für die 1 zu 5 Pleite letzte Woche beim TSV 1860 München. Das Ganze mit zwei Änderungen in der Startaufstellung. Egerkampf für Morena und Sarko spielte wieder vorne in der Spitze für Hennings. Natürlich eine brisante Angelegenheit, das Nordderby gegen Hansa Rostock. Und es ging auch furios los. Das ist gerade einmal die zweite Minute. Und in der kommt Hansa Rostock. Und dann dieses Durcheinander im Strafraum. Irgendwie landet der Ball dann am Ende bei Münthi. Und er machte sich so viel vorgenommen. Und er hier, Dieter Eils, für ihn hieß es ja siegen oder fliegen. Er musste unbedingt die Partie gewinnen. Ansonsten drohte der Rauswurf. Und seine Mannschaft spielte richtig stark. Fünfte Minute und das 2 zu 0. Fünn Bartels liegt gerade mal 3 Minuten nach dem 1 zu 0. Auch den zweiten Treffer drauf. Wieder einmal stimmte die Zuordnung in der St. Pauli abwendig. Kann man die ersten 10 Minuten irgendwie erklären? Ja, wenn man es erklären könnte, dann könnte man es auch irgendwie abstellen. Es ist echt momentan brutal. Also wir kriegen gegen Oberhausen bei 60. Und jetzt hier zu Hause kriegen wir in den ersten 10, 20 Minuten immer 2, 3 Tore. Sondern eigentlich auch Situationen, wo es nicht gefährlich ist. Aber ja, was willst du dazu sagen? Dann war Halbzeit. Ungewöhnliche Maßnahmen von Holger Stanislavski. Der ging gar nicht mit in die Kabine hinein. Wollte ein Zeichen setzen. Dann gab es auch noch ein paar Idioten von Hansa Rostock, die hier ein Feuer anzündeten und damit die Partie ein wenig verzögerten. Aber es ging dann nach einer kurzen Pause doch... Sowas auch nochmal Motivation. Weiß nicht, wie ärgert sowas einen irgendwie? Mein Sein auch auf Feuerteufel zu machen. Und das waren nochmal 5% mehr auf die 100. Weiß ich nicht, wie viel wir eh schon hatten. Und es ging furios los in Halbzeit 2. Foul an Brunnemann. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter das Ganze in der 52. Minute. Ich habe schon gesagt, Jungs, seht zu, wenn wir ein Tor machen, wisst ihr genau, dann ist hier die Hölle los und dann ist alles möglich. Damit also die Chance für Sarko auf 1 zu 2 zu verkürzen. Und Sarko macht es. Es konnte dann weitergehen. Und zwar mit dieser Aktion auf einmal ist Heule da und er macht das 2 zu 2. In der 70. Minute war die Partie also zumindest halbwegs gedreht. Leute, solche Individuen schicken wir mit leeren Händen nach Hause. Und denen gönnen wir keine fröhliche Minute Heule haben. Und St. Pauli gab weiter Gas. Das ist Brunnemann. Der hat viel Platz. Die Flanke kommt in die Mitte und der Ball landet wieder bei Heuletz. Immer noch Heuletz. Und dann ist er wieder drin. In der 85. Minute sicher singelt Heuletz im FC St. Pauli und noch 3 Punkte. Die Flanke und noch 3 Punkte. Die Bedeutung ist so wichtig! Wir wollen, wir wollen, wir wollen! Wir wollen, wir wollen, wir wollen! Wir wollen, wir wollen, wir wollen! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Es geht nur eine Art! Oh, oh, oh! Du geni! Du geni! Oh, oh, oh! Vielen Dank.